Mein Name ist Gabriela Gnandes und ich bin Fjoll- und Alpvioll-Docent. Nach der Fjoll- und Alpvioll-Lesson für Kinder und Vorwassenen habe ich auch Ensemble-Lesson für Stripe-Instrumenten und Elektrische Fjoll-Lesson. Ich will meine Tennis und Liefde für Klassik, Pop, Jazz und Rockmusik mit ihnen daily. Jeder ist herzlich willkommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018